Hallöchen guten Morgen liebe Traderinnen und Trader. Willkommen zur Freitagsmarktbesprechung hier heute mit ein paar Minuten Verspätung. Ich bin fünf Minuten später dran. Bitte entschuldigt dafür. Ich hatte noch ein Setup einzustellen und das hat alles zusammen ein bisschen länger gedauert, als das Ganze geplant war. Deswegen habe ich vergessen auf die Uhr zu gucken. Das passiert. Das Setup ist jetzt drin. Den Rest macht der Markt. Ich hoffe, die fünf Minuten Verspätung sind jetzt keine schlimme Sache. Danke für die Wartezeit bzw. für die Geduld. Wir legen jetzt gleich los mit dem Währungspaar in US-Dollar, japanischer Yen. Wir haben britisches Fund, US-Dollar und Euro, britischer Fund auf der Uhr. Das hatte ich im Blog schon ausführlich erwähnt in den täglichen FX-Analysen. Wer das Ganze schon gelesen hat, weiß ja, was ich da in den Gedanken habe. Aber alle anderen sehen das hier gleich auch live als Premiere, wenn wir uns die Charts anschauen. Bevor wir in die Charts reingehen, natürlich wie immer auch meine Einladung. Wer einen Wunschmarkt hat, bitte rein in die Chats das Ganze posten auf Facebook und auch auf GoToWebinar. Und dann kümmere ich mich sehr, sehr gerne um den einen oder anderen Wunschmarkt. Der Risikohinweis ist natürlich auch, wie immer in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Da haben wir das. Jetzt muss ich mal schnell noch das Fragefenster aufmachen hier, sonst verpenne ich die ganzen Fragen, die wir über GoTo bekommen. Da haben wir ja auch immer, immer mehr Zuschauer. Das Ganze wächst. Da freue ich mich sehr, sehr drüber. Danke auch für die vielen Weiterempfehlungen. Macht weiter so an dieser Stelle. Ich freue mich drüber, weil ich merke, damit es kommt an und ich bekomme auch schöne Rückmeldungen. Danke für das Lob auch an dieser Stelle immer wieder. Da macht die Arbeit gleich noch viel, viel mehr Spaß. Also wir machen jetzt weiter mit den Nachrichten. Wir schauen jetzt auf die Tagesnachrichten. Das, was diese Woche kam und das, was nächste Woche auf der Agenda steht. Das machen wir gleich in einem Rutsch durch. Heute haben wir sozusagen 8 Uhr Daten bekommen aus Großbritannien. Da gab es die Einzelhandelsumsätze für den Monat Mai und siehe da, guckt euch das mal an. Die sind gestiegen. Der letzte Monat war minus 18 Prozent. Die Prognose 5,7 Prozent. Tatsächlich sind es hier an dieser Stelle jetzt aktuell 12 Prozent für den Monat Mai. Das ist doch mal ein Ergebnis. Fein. Ich freue mich für die Briten. Wir haben den Erzeugerpreisindex für Deutschland bekommen. Der ist ein bisschen schlechter als erwartet. 0,7 war die letzte Zahl, die wir bekommen haben. 0,3 Minus war die Erwartung. Minus 0,4 ist es tatsächlich. Also wir kriegen weiterhin nicht wirklich Druck auf die Preise. Wo soll es denn auch herkommen? Was haben wir noch? Treffen der Staats- und Regierungschef heute um 12 Uhr. Da sind drei Köpfchen dran. Das könnte interessant werden, weil da geht es mit Sicherheit halt auch um die Corona-Krise. Also um Maßnahmen, die hier gemacht werden. Und diese Maßnahmen, die gemacht werden oder werden, das hat natürlich immer gewisse Sprengkraft auf die Währung und natürlich auch auf die Indizes. 19 Uhr, nein, entschuldigt, 14.30 gibt es dann die Leistungsbilanz der USA. Wen es interessiert, kann sich das Ganze gerne anschauen. Viel wichtiger ist aber die Rede von FED-Vorsitzenden Paul. Da haben wir diese Tage einige Reden an dieser Stelle gehabt. Und das ist auch wieder immer ein Punkt für ein bisschen Zündstoff. Das kann nach oben oder nach unten die Auswirkungen haben. Das ist so klassisches News-Trading für die kurzfristigen Trader. Die können sich da gerne direkt ransetzen. Wir schauen, was dabei rauskommt. Und am Abend dann heute hier um 21.30 Uhr, da werden wir mal wieder schauen, was die Big Boys machen. Hier die COT-Reports für das Öl, für die Rohstoffe gibt es allerdings auch für die Währungen. Das Ganze und im COT-Bereich haben wir beispielsweise auch im Euro-US-Dollar momentan ein Short-Setup drinnen. Deswegen beleuchte ich heute auch mal den Euro-US-Dollar hier im Chart. Nein, doch, ja, machen wir nachher. Den Euro-US-Dollar gucken wir uns im Chart definitiv auch mit an. Juh, dann würde ich sagen, legen wir hier mal zur Tat mit den nächsten Nachrichten. Und zwar den kleinen Wochenrückblick. Da gehe ich relativ flott drüber hier an dieser Stelle. Was war in diesen Punkten oder in dieser Woche sehr, sehr wichtig? Das war zum einen das Thema der Arbeitslosenänderung in Großbritannien. Hier an dieser Stelle, ja, da haben wir hier die Arbeitslosenänderung 528.000. Das, die Zahl 400.000 sind erwartet worden. Das heißt hier deutlich schlechter als erwartet. Gute Nachrichten gab es von der ZEW. Die Konjunkturerwartungen für Deutschland sind weiter angestiegen. 51 war der letzte Monat. 60 sind erwartet worden. Tatsächlich stehen wir hier bei 63,4. Also es ist tatsächlich Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Das ist zumindest auch das, was die Unternehmenslenker hier an dieser Stelle auch mitbringen. Die Einzelhandelsumsätze in den USA sind gestiegen. Auch das sehr, sehr schöne Nachrichten. Und auch das deutlicher, als das die Analysten erwartet haben. Am Mittwoch, da haben wir wieder ein paar rote Zahlen bekommen. Nämlich von den Baugenehmigungen und den Rohöl-Lagerbeständen. Beides schlechter als erwartet. Rohöl-Lagerbestände sind wieder angestiegen. Nachdem eigentlich eine Erwartung des leichten Rückgangs am Markt auch da war. Ansonsten gestern dann der Zinsentscheid, der Bank of England. Das hat ordentlich Druck auf das Fund gemacht. Das gucken wir uns heute gleich auch mal noch in den Charts entsprechend an. Und der Filifed-Herstellungsindex, auch der, der hat sich schön gebessert. Wir sehen es hier. Die letzte Zahl hatten wir hier. Minus 43, Minus 23 hatten die Analysten erwartet. Aktuell steht dieser Index bei 27,5. Also hier, ja, muss ich sagen, das Ganze sollte hier an dieser Stelle auch positiv weiter in der Entwicklung gehen. Und dann werden wir sehen, wie das Ganze sich positiv auch auf die Indizes entwickelt. So, ich bekomme jetzt hier gerade eine Frage. Kein Ton und das Webinar wird in Kürze beginnen. Bekomme ich hier auf GoToWebinar gebracht. Ich muss mal kurz nachfragen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich hatte jetzt hier gerade eine Fehlermeldung bei GoToWebinar oder eine Information. Danke dafür, dass kein Ton und das Webinar wird in Kürze beginnen da war. Ich hoffe, dass das Ganze... Ah, jetzt kommt der Ton erst. Okay, an dieser Stelle sorry dafür. Es ist aber noch nicht wirklich viel verpasst worden. Das heißt, was wir gemacht haben, ist, wir haben uns die Tagesnachrichten für den heutigen Tag angeschaut. Da kommt nicht wirklich viel. Eine sehr, sehr wichtige Sache ist, der FED-Vorsitzende Paul spricht an dieser Seite und die CFT-Reportings, die bekommen wir und das Treffen der Staats- und Regierungschefs. Dann haben wir kurz die Daten für diese Woche auch entsprechend durchgesprochen, was hier wichtige Fakten da gewesen sind. Die wichtigsten Dinge auf den Punkt gebracht sind zwei für uns hier. Bei uns in Deutschland, die ZDW-Erwartungen, die sind wirklich sehr, sehr gut ausgefallen und der Felifed-Herstellungsindex ebenfalls sehr, sehr schön. Das heißt, von der Seite her das Ganze für den kleinen Rückblick kurz zusammengefasst. Jetzt schauen wir mal, was an nächsten Nachrichten für die kommende Woche zu erwarten ist. Wir bekommen Daten aus China, die Lone Prime Rate. Wir bekommen aus den USA am Montag die Verkäufe bestehender Häuser. Auch das sehr, sehr wichtig für den Markt, weil der solide Immobilienmarkt, der ist eine gute Stütze für die US-Wirtschaft. Und wir haben es ja im letzten Beachbook auch gesehen, dass die niedrigen Zinsen durchaus sehr charmant sind und von dem einen oder anderen auch genutzt werden im Bereich des Immobilienkaufes. Das ist eine gute Maßnahme und das sollte sich weiter positiv bemerkbar machen, wenn wir hier positive Meldungen entsprechend bekommen. Dienstags, ja, da ist Tag der Einkaufsmanager-Indizes. Wir sehen es hier an dieser Stelle. Wir bekommen den Einkaufsmanager-Index für das bearbeitende Gewerbe in Deutschland. Wir bekommen die Einkaufsmanager-Indizes in Großbritannien. Wir bekommen aus den USA Verkäufe bestehende Häuser. Am Mittwoch geht es weiter mit dem IFO-Geschäftsklima-Index hier für Deutschland. Dann kriegen wir wie immer mittwochs die Rohöl-Lagerbestände und am Freitag, da ist China zu. Das sehen wir hier, die haben ein Drachenboot fest. Und dann haben wir hier 14.30 Uhr den Auftragseingang für lahmlegige Güter und das Bruttoinlandsprodukt der USA. Jetzt wollte ich schon sagen, Bruttoinflationsprodukt, den Kennzahl haben wir noch nicht, aber vielleicht kommt die irgendwann mal noch durch. Gut, das hätten wir dazu. Und ich würde sagen, damit wird es Zeit, in die Charts zu schauen. Und wie schon gesagt, wer Fragen hat, wer den ein oder anderen Wunschmarkt hat, bitte rein in die Charts. Das Ganze wird entsprechend funktionieren. Das bin ich mir sicher. Oder da bin ich mir sicher. Und wir schauen jetzt in die Charts rein. Und wir starten hier gleich mal durch mit dem Währungspaar. Britisches Fund, US-Dollar. Hier steht es geschrieben, bekannt auch als Cable. Was ist das für ein Ritt hin und her gewesen? Wenn wir uns das Ganze mal auf Tagesbasis anschauen. Hier eine starke, sehr, sehr schöne Aufwärtsdynamik über das letzte Verkaufslevel. Das heißt, hier an dieser Seite, wir sind oben drüber gesprintet auf die 1,2813 war ja im Hoch. Und seitdem läuft der Markt wieder runter. Er trendet mittlerweile auch abwärts. Das ist das, was wir hier sehen. Und was wir auch sehen, ist ganz klar, wir sehen hier entsprechend aktuell die Korrektur am Laufen. Und das schauen wir uns jetzt mal im Näheren an. Das heißt, wir gucken hier mal in die kleineren Zeiteinheiten mit hinein. Das heißt, hier in dieser Sache wähle ich mir mal den 4-Stunden-Chart entsprechend aus. Weil wir hier durchaus die Möglichkeit bekommen, den zweiten Rutsch nach den News zu traden. Hier hatten wir gestern die ganze Sache gehabt. Nach den News ist der Markt deutlich in die Knie gegangen. Hat hier den größeren Abwärtstrend gebildet. Das heißt, das ist der Trend, den wir entsprechend auf der Tagesbasis auch sehen. Das heißt, hier bis gestern hatten wir keinen Abwärtstrend auf Tagesbasis. Der ist gestern tatsächlich erst entstanden. Und was wir jetzt sehen, ist einfach die Korrektur des Ganzen. Das heißt, hier bereitet sich jetzt der Markt für den Rücklauf vor. Wir testen hier gerade live den alten Ausbruchsbereich um die Marke von 1,24,5. Das ist ganz normal. Und das in diesem Bereich ist auch noch eine sehr, sehr flache Korrektur. Heißt an dieser Stelle jetzt, wie kann es weitergehen? Das heißt, das ist das Thema der Korrekturplanung. Vorhin, als ich gesagt habe, ich bin ja auch ein bisschen später in den Markt reingekommen, weil ich persönlich noch eine Order einstellen musste, war die Korrektur einfach so, wie sie hier ist, noch in einem relativen Seitwärtsverlauf. Jetzt dehnt sich das Ganze ein Stück nach oben hin aus. Also wir müssen mal schauen, was hier passiert, wie sich die ganze Korrektur entsprechend auch gestaltet. Interessant ist aber auf alle Fälle, was wir an Anlaufleveln haben. Das heißt, so mal planbar, wo mögliche Drehpunkte rauskommen können, haben wir hier oben diesen deutlichen Verkaufsbereich um die 1,25,1. Warum ist das deutlich? Wir sehen es hier an dieser Stelle, da gab es den großen Rutsch und der hat halt deutlich nach unten performt. Zweiter Anlaufpunkt auf der Oberseite ist hier oben dieser Drehbereich in etwa. Also hier bitte nicht festnageln, 1,25,6, 1,25,6,50. Es war hier in diesem Bereich ein bisschen unsauber, aber das ist durchaus ein Level, da könnte die Korrektur auch ohne weiteres reinlaufen. Und was hätten wir dann an dieser Stelle? Wir haben an dieser Stelle dann einen Rücklauf, der mal über 50% der letzten Bewegung geht. Das heißt, das wäre auch nicht tragisch. Da müsste man dann entsprechend die Short-Setups ein bisschen anpassen. Aktuell sieht es ja so aus, so flach wie die Korrektur verläuft. Wenn wir direkt rumdrehen würden, dann hieße das halt einfach, okay Leute, hier unten drunter unter diesem Tief setzt sich ja der bestehende Abwärtstrend entsprechend fort. Und wenn diese Trendfortsetzung kommt, dann haben wir die Potenziale wieder auf der Unterseite. Das heißt, Kurse hier unter 1,24 sprechen ganz klar für den weiteren Gang nach unten. Anlaufpunkte, wenn wir uns hier einfach mal orientieren wollen, wo hier Schwingtief sind, beziehungsweise wichtiger Ausbruchslevel, dann wäre mal die nächste Marke unten drunter bei 1,22,95. Also bei knapp 1,23, das wäre dieser Bereich, den wir hier entsprechend liegen haben. Dann entsprechend hier ein bisschen tiefer der Schwungbereich um die 1,22,3. Und dann hier das Tief des übergeordneten Aufwärtstrends, was wir hier da liegen haben. Da hätten wir die Marke von 1,21,6. Das sind die Marke, die wir im britischen Pfund, US-Dollar, auf der Unterseite drinnen haben. Also hier bleibt es sehr, sehr spannend zu sehen, ob wir tatsächlich hier weiter latente Schwäche bekommen. Dann wird der Markt wahrscheinlich gar nicht extrem tief korrigieren, sondern irgendwann rumdrehen und aus diesem Korrekturmuster ausbrechen. Kommt das Ganze doch und wir bekommen eine deutliche, sage ich mal, Unterstützung über diesem Ausbruchslevel, dann ist das Ganze wieder eher, eher bullisch zu sehen. Das heißt, dass wir hier nur eine Übertreibung zur Unterseite gesehen haben. Wenn der Markt dann wieder anfängt, nach oben zu trenden, dann haben wir die Orientierungspunkte besprochen. Im Sinne der Korrektur dieses ganzen Bildes hier ganz klar natürlich auch bis hier oben hin, bis 1,26,8 ist mit dem Tagestrend. Alles in Ordnung. Erst wenn wir dort drüber fliegen, haben wir natürlich den Weg dann offen zum Zwischenhoch bei 1,28,13. Bis dahin ist noch viel, viel Platz. Da muss noch viel passieren. Deswegen das Ganze aber trotzdem im Fokus, weil wenn wir einmal News haben und der Markt die News weiter abverkauft, dann sollten wir hier definitiv entsprechend zugucken. Wir bleiben in diesem Kontext mit dem Thema der News. Und zwar schauen wir uns jetzt mal das Währungspaar Euro-Britischer Pfund an dieser Stelle an. Moment, das ist Euro-US-Dollar. Hier haben wir Euro-Britischer Pfund. An dieser Stelle, lasst uns mal reinschauen hier entsprechend in den Tagestart hinein. Was ist hier passiert? Gucken wir uns das Ganze mal an. Wir sind hier in einem Chart, der eine ewig lange Seitwärtsphase auch verzeichnet. Was heißt ewig lang? Aber es zieht sich halt einfach schon über ein paar Wochen, dass wir wirklich sehen, der Markt kommt hier oben nicht richtig über die 0,90 raus, will unten nicht richtig unter die 0,88,8 runter. Es ist immer wieder ein Hin- und Hergetingel. Spikes oben drüber wurden immer wieder abverkauft. Jetzt allerdings haben wir eine Situation, da haben wir durchaus die Chance, dass wir keinen Abverkauf vom Spike bekommen, sondern etwas höher laufen könnten. Das ist jetzt mal die Message zu mitnehmen. Dazu brauchen wir allerdings wirklich die Bestätigung. Die gucken wir uns gleich unten an, wie die kommen kann. Was wir hier sehen in diesem kleinen Bild ist, dass wenn wir tatsächlich oben drüber gehen, mal ausgemessen an diesem letzten Korrekturschieb, also von hier unten, also von dieser Marke bis ins Tiefe unten rein, wenn man das mal obendrauf dupliziert, dann hat man als Ziel obendrauf durchaus diesen Bereich hier, diesen Abverkaufsbereich hier drüben mit auf der Uhr liegen. Das heißt hier ungefähr die Marke von 0,91,36. Das ist das, was wir durchaus auf der Oberseite am Potenzial haben, wenn sich der Markt endlich mal dazu entscheidet, tatsächlich oben raus zu laufen. Und hier das Zwischenhoch bei 1,90,4 rauszunehmen, das kleine Spiker hier bei 1,90,5 auch noch zu überstreffen und dann nach oben zu laufen. Das Ganze schauen wir uns jetzt mal eben auf dem 4-Stunden-Chart entsprechend an. Heißt also hier der Blick in den Markt. Und hier sehen wir auch dieses Hin- und Hergetingel zwischen diesen beiden Markern. Und wie schon gesagt, jetzt haben wir tatsächlich die Chance, oben drüber rauszulaufen, weil der Markt ist hier gerade verortet, wenn man das Bild mal etwas kleiner macht, in einem Aufwärtstrend. Das heißt hier, ich zeichne es mal eben ganz kurz ein, also das heißt hier haben wir ja von dem Tief unten drunter, das ist das, was ich vorhin auch ausgemessen hatte, vom Hoch zum Tief, die Korrektur. Und dann habe ich das Ganze einfach obendrauf gespiegelt. Ja und dieser Aufwärtstrend, den wir jetzt hier haben, der hat durchaus Potenzial, nach oben rauszulaufen. Das heißt, er ist jetzt hier ersichtlich. Ich skizziere ihn in blau und was wir hier definitiv haben ist, ganz klar, natürlich den Bruchbereich. Das heißt hier oben, was ich noch rot markiert habe, ist der erste Anlaufbereich mal für die laufende Korrektur, die Marke von 0,90. Das wäre ein sehr, sehr schönes Zeichen vom Markt, wenn wir tatsächlich hier wieder Käufe reinbekommen. Dann wüssten wir nämlich, okay, dieser Widerstand ist nicht ein Widerstand, der nur mal kurz überschritten wird, sondern da kommt auch Kaufinteresse rein. Das wäre mal ein Zeichen vom Markt. Und da sehen wir dann, dass sich der Markt dann auch verändert hat. Das heißt, jetzt Augen auf, genau hinschauen, was passiert hier um die 0,90. Wenn hier Käufe reinkommen, wäre das ein sehr, sehr bullisches Signal. Ansonsten geht es unten tiefer rein, haben wir noch Drehpunkte liegen im Sinne des blau markierten Aufwärtstrends. Der nächste wäre mal hier die Marke von knapp unter 90 und zwar die 0,89. Das ist der Bereich, als dieser Aufwärtstrend entstanden ist. Das wäre ein weiterer Drehpunkt, auch nicht ungewöhnlich, kurzes Runterschnappen und dann oben rein. Auch das wäre ein sehr, sehr bärisches, bullisches Bild. Ansonsten, wenn wir weiter runterlaufen, da geht so ein bisschen auch die bärische, sag ich mal, Komponente weiter auf. Das heißt, da kommt der Druck schon wieder viel zu stark rein, um zu sagen, die 0,90, die hat doch eine Relevanz. Dann haben wir den Markt nach unten auf 0,89.38 wäre dann im Sinne dieses blau markierten Aufwärtstrends der letzte Anlaufpunkt, den man hier auf der Uhr haben könnte, um diesen Trend noch eine Chance zu geben. Jedoch muss man dabei auch sagen, je tiefer die Korrektur entsprechend läuft, je geringer ist die Chance, dass wir wirklich tatsächlich dynamisch oben rausschießen und das Ganze dann schön in die höheren Regionen treiben. Das muss man sehen, da braucht man jetzt ein bisschen Geduld, aber nichtsdestotrotz, wer die Geduld hat, der wird sehen, da wird sich etwas bewegen und da müssen wir einfach nur zuschauen. Hier der Blick in Euro-Britisches Fund im Tagesschart und zuletzt entsprechend im 4-Stunden-Chart. Wer übrigens sich sagt, ich will das Ganze mal im kleineren Bilde traden, bitte nutzt die 15 Minuten, da sehen wir, was passiert. In den 15 Minuten, da sehen wir sehr, sehr schön, in den 15 Minuten, bleiben wir mal hochdeutsch hier, Kollege, also in den 15 Minuten, hier sehen wir die letzte Aufwärtsbewegung, da sehen wir den Aufwärtstrend, der hier am Laufen ist und was wir auch sehen, ist jetzt die korrektive Phase des Ganzen. Und das trendet hier entsprechend etwas nach unten und jetzt wird es sehr, sehr wichtig, was passiert hier um die 0,90? Fangen wir hier an, einen Boden zu bilden und fangen wir an, leicht nach oben zu trenden, das wäre ein Zeichen dafür, dass die 0,90 einen Support-Bereich bildet. Passiert das nicht, sondern der Markt trendet einfach weiter runter, dann wissen wir, okay, da sieht es erstmal nicht so gut aus für den Support, da kommt dann das nächste Level ins Spiel. Was passiert hier um die 0,899? Der Punkt, auch dann wichtig, also ruhig in die kleineren Zeiteinheiten reinschauen, wir wissen, die 4 Stunden sind aufwärtsrecht im Rücken, wenn die 15 Minuten nach oben rumdrehen, haben wir die Chance oben reinzulaufen, das wäre dann die Umkehr der Nachfrage an dieser Stelle und das kann man dann ganz entspannt für die Handels-Setups nehmen, das Ganze hier für diejenigen, die den Markt deutlich näher traden wollen. Und damit gehen wir zum dritten Währungspaar, was ich heute hier in dem Blog, also in den Analysen für den heutigen Tag auch veröffentlicht habe, und zwar ist das das Währungspaar US-Dollar, japanischer Yen. So, den muss ich jetzt gerade erstmal suchen, hier, wer im Wald steht, zieht die Bäume nicht, da ist er, US-Dollar, japanischer Yen, da ist er, da, gucken wir uns das Ganze mal kurz an. Ich raffe es mal ein klein wenig zusammen, dass wir sehen, was hier im großen Bild los ist und im großen Bild sehen wir etwas sehr, sehr Interessantes, nämlich hier, dieser letzte Aufwärtstrend, den wir hier oben drinnen hatten, ich mache das mal ganz kurz rein, also hier, der Schub, der sich hier oben drüber geschoben hat in die Marke um die 109,65, der war untergeordnet mit einem Aufwärtstrend versehen und dieser Aufwärtstrend ist jetzt mittlerweile rausgenommen, liebe Traderinnen und Trader, das heißt, hier an dieser Stelle, ja, ist mit einem ordentlichen Abprall oben vom Widerstandsbereich bei 109,65 Dynamik nach unten reingekommen, Stopp haben wir gefunden bei 106,57, danach ging es hoch, Stopp war oben in diesen Drehbereich, also auch da, das sind immer wieder Märkte, wo sozusagen, wo wir hinschauen können, wo Kurswechsel, Richtungswechsel stattgefunden haben, die kann man zur Adjustierung nehmen und hier sehen wir momentan, diesen Bereich hat der Markt genommen, um nach unten zu verkaufen, das heißt, da kam kein Kaufinteresse auf, sondern eher Druck zur Unterseite und das ist ein interessanter Marker, weil wir haben jetzt hier zwei entscheidende Linien, die für einen neuen Abwärtstrend sprechen oder aber für ein höheres Tief- und dann einen Aufwärtstrend und zwar sind das hier oben die 107,64 bzw. unten die 106,57, geht es oben drüber, von jetzt aus schon, ohne unter die 106,57 drunter zu laufen, hätten wir ein höheres Hoch und wenn wir hier drüber gehen, einen Aufwärtstrend, da sieht es dann eher wieder so aus, dass der Markt nach oben laufen will, passiert das, hätten wir ein Zwischenlevel, ein untergeordnetes, bei 108,42 liegen bzw. dann als weiteren Planpunkt nach oben die 109,65, das sind die Marker, die wir nach oben haben, aber wir haben ja gesehen, hier kommt Druck von oben nach unten, das heißt, der Yen ist eher zur Unterseite unterwegs, das heißt, die Währung schwächelt in die Richtung runter, also das heißt, dieser Trend entwickelt sich wieder zur Unterseite in die Short-Richtung, heißt also, Kurse unter 106,57 sprechen ganz klar dafür, dass dieser Abwärtstrend technisch gebildet wird, nächste Anlaufmarke wäre mal das Schwungbereich hier unten um die 106, fallen wir da drunter, ist der Weg weiter offen, je nachdem, wie stark der Verkaufsdruck kommt, hier in die kleinen Swing-Lows, die wir hier unten haben, ja, das sind so die untergeordneten Trend-Bereiche, die sich hier finden, in diesem starken Aufwärtsschub haben wir die ja auch gehabt und da haben wir hier naheliegend dann, wenn wir hier unter 106 fallen, der nächste wäre dann die 105,15, das wäre dieses kleine Zwischenspike und dann hier unten die 103,07 und 80, die Marker, das ist das zur Unterseite hier im japanischen Yen in Zusammenarbeit mit den US-Dollar, also US-Dollar, japanischer Yen mit Blick auf die Chart-Situation, also die Unterseite ist hier durchaus interessant, das dazu, ja, dann schauen wir uns nochmal in die Fragefelder rein, da kommt nichts, ja, schöne guten Morgen, Grüße, moin Olli, moin Martin, das passt sehr schön, das heißt, ich gucke jetzt nochmal ganz kurz auf den Euro und dann schauen wir uns die entsprechenden Werte zur Unterseite, beziehungsweise die Werte, nicht zur Unterseite, sondern die Werte in den Indizes mal an, was dort passiert ist und dann gehen wir in den zweiten Teil rein, das hatte ich ja gestern auch auf Facebook schon avisiert, wir gucken uns das ganze Risikomanagement mal an, bei den Währungspaaren, wie wir uns als Trader immer wieder an den Markt auch anpassen, ich habe da jetzt vor kurzem, bin ich auch interviewt worden für ein Buch, was geschrieben wird, über Trader hier bei uns aus Deutschland und da ging es halt auch so ein bisschen um das Thema Risikomanagement und da habe ich halt auch geschrieben, dass es wichtig ist, dass wir Trader uns immer an den Markt anpassen, der Martin, der weiß das auch, der guckt hier zu, der kann davon ein Lied singen, der hat ja mit mir ein Portfolio im FX-Bereich, das wir beide zusammen betreuen und das ist halt hochinteressant an dieser Stelle, das zu sehen und da kann man mal sehen, wie wichtig es ist, sich anzupassen und diese Anpassungen sind wirklich extrem wichtig an diesem Punkt, das heißt, wenn wir uns jetzt hier mal die Märkte auch anschauen, im zweiten Teil gucken wir drüber, wie wir das Risikomanagement adjustieren an die aktuelle Marktphasen, die wir hier im FX-Bereich haben zuvor, allerdings, wie schon gesagt, nochmal kurz der Blick in den Euro-US-Dollar hier an dieser Stelle, den hatten wir ja besprochen und ich hatte ja auch gesagt, wir haben hier das Umkehrsignal auf der Basis nach unten da und in dem Zusammenhang sozusagen, wo wir hier an dieser Stelle den Trade gestern schon besprochen hatten, auf der Short-Seite bin ich ja auch darauf eingegangen, dass wir hier, wenn wir uns mal die Woche anschauen, hier an diesem Punkt schon gesehen haben, hoppala, irgendwas ist jetzt hier mit der Aufwärtsdynamik nicht mehr ganz in Ordnung. An was haben wir das gesehen? Wir haben es ganz genau gesehen an den großen Spikes, die hier oben reinkamen. Schauen wir mal, wenn wir das Bild mal noch ein bisschen näher zusammenraffen, wir sehen halt hier oben, schaut mal, die Marke knapp unter 1,15, die war hier immer schon ein starker Widerstand, die haben wir angetestet und haben direkt wieder nach unten abverkauft. Zwischendrin hat sich hier untergeordnet ein weiterer Widerstand gebildet, das ist die Marke von um die 1,14,2. So, auch hier haben wir gesehen, häufig angelupft oben und dann plötzlich wieder der Abverkauf. Das ist das Gleiche, was jetzt hier in der letzten Woche, also in der vergangenen Woche passiert ist. Wir sind da oben reingegangen und haben direkt abverkauft. Und jetzt schaut euch mal die aktuelle Handelswoche an. Das Hoch der aktuellen Handelswoche stand bei 1,13,53. Da kam wieder der Abverkauf und schaut euch das mal an. Wir haben hier das Short-Umkehrsignal auf Wochenbasis plus die Bestätigung einer zweiten schwachen Woche. Das Ganze spricht jetzt nicht gegen das Bild, was ich in der letzten Woche gezeigt hatte. Ich kann das nochmal ganz kurz zeichnen. Das habe ich nämlich hier auf dem Schreibtisch auch liegen. Hier, ich hoffe, man kann das gut sehen oder zumindest ein bisschen erkennen, wo ich einfach gesagt habe, okay, wartet mal, ich glaube, so kann man das ein bisschen besser sehen. Das ist mal die Entwicklung, die langfristige Entwicklung vom Euro-US-Dollar im Monatschart. Und da sehen wir halt hier an dieser Stelle, hoppala, Seitenverkehrt, hier an dieser Stelle, sehen wir schon, dass der Markt durchaus Aufwärtspotenzial nach oben hat. Aber das bedeutet nicht, dass wir jetzt gleich nach oben schießen und wir jetzt alle nur noch hier gehämmert long unterwegs sein sollten. Das wäre Käse. Das macht keinen Sinn. Also selbst wenn dieses Bild langfristig kommen kann, wir wissen es ja nicht, Es gibt erste Anzeichen dafür, aber wir haben ja keine Garantien. Und momentan sehen wir halt, dass der Markt momentan eher so ein bisschen zur Schwäche neigt. Das Short-COT-Signal haben wir ebenfalls da. Das heißt, wenn das Ganze weiter die Bestätigung findet, und da brauchen wir halt die Kurse unter dem Wochentief, die haben wir ja jetzt, also unter dem Vorwochentief, die hatten wir hier bei 1, 12, 13 etwa. In dem Drehbereich sind wir drin. Im aktuellen Wochentief waren wir auch schon drunter. Also die technische Bestätigung ist da. Und das ist der Punkt, warum wir hier nach unten gehen sollen. Wohlgemerkt, das hat eine ziemlich große Schwankungsbreite, aber der Markt ist weiter unterwegs nach unten. Und das sehen wir halt auch hier an dieser Stelle, dass wir hier klar noch verortet, hier im größeren Bild in der Aufwärtsdynamik, aber im kleineren Bild durchaus einen Abwärtstrend da haben, den man jetzt traden kann. Und der ist intakt. Und jetzt muss man hier einfach nur schauen, dass der nach unten weiter Fahrt aufnimmt. Und ohne diesen größeren Aufwärtstrend kaputt zu machen, kann er ja tief korrigieren. Wenn wir mal schauen, hier unten ist er entstanden um die Marke von 1, 10. Und das letzte große Trendkorrekturlevel, also das Trend, die 4, haben wir um die Marke von 1, 7, 5, 1, 7, 6. Also da ist viel Luft nach unten, ohne diesen großen Trend kaputt zu machen. Und selbst wenn man mal hier nur diesen letzten Arm nimmt, dann haben wir hier auch die Anlaufbereiche. Also Kurse um die 1, 10 sind ohne weiteres möglich. Und deswegen ist der Euro halt kurzfristig auch auf der Short-Seite eine interessante Trading-Möglichkeit. Man muss das Ganze halt nur beachten, dass man gegen die große übergeordnete Richtung unterwegs ist. Ein bisschen im Risikomanagement, weil auch selbst wenn die COT-Daten sagen, die Big Boys hier sind auf der Short-Seite unterwegs, heißt das nicht, dass die immer recht haben. Die können auch mal daneben liegen. Und deswegen müssen wir das Ganze immer betrachten für das entsprechende Risikomanagement. Gut, damit hätten wir hier Euro, US-Dollar auch mit abgehakt. Und wir gehen jetzt auf die Kursdaten der Indizes drauf. Wir starten mit dem DAX. Der DAX weiterhin auf hohem Niveau im Korrekturmodus. Wir sehen es. Gestern der Tag war das lästig. Leute, das war echt mega ätzend. Guckt euch mal diese Kerze an hier, wie sie ausschaut. Oben Schatten, unten Schatten. Aber am Ende, naja, es gab einen Kursminus ganz klar. Aber wenn wir einfach mal anschauen, das Ganze zum Vortag zu sehen. So gigantisch viel ist nicht passiert. Es ist einfach nur im Vergleich zum Vortag. Die Gewinne sind abverkauft worden. Wir sind leicht runtergeschlossen. Aktuell nehmen wir das Ganze wieder ein bisschen mit oben rein. Was war gestern passiert? Ein großer Ausschlaggeber für diese massiven Kursbewegungen im DAX war die Aktie von Wirecard. Da will ich gar keine Chartanalyse machen. Keine Ahnung, was da los ist. Also gut, eine Ahnung hat man schon. Man bekommt ja über die Medien mit, dass mit der Bilanz irgendwas nicht koscher ist. Das Unternehmen sagt immer, wir sind unschuldig. Wir werden hier zu Unrecht beschuldigt. Wir machen sogar Strafanzeige. Das ist aber völlig egal in diesem Moment. Den Markt hat es trotzdem sehr, sehr stark beeinflusst. Und deswegen hier die Tageskerze, die wir gestern an dieser Stelle hatten. Das große Bild im DAX allerdings weiterhin aufwärts gerichtet. Wir sind momentan hier im DAX im Korrekturmodus. Heißt also, die Korrektur kann sich ohne weiteres mit nach unten hin noch ausdehnen. Ohne weiteres hier noch tiefere Regionen antesten. Ich sage da an diesem Punkt, im mittelfristigen Punkt mal hier locker, die Marke von 11.800 bis 11.700, die sind ohne weiteres nach unten hin drinnen. Wenn wir hier unter das Tagestief von gestern laufen, das wäre dann halt die entsprechende Abwärtskorrektur nach unten hingesehen. Das muss man sehen, wie es ist. Eine Sache darf man auch nicht vergessen. Gerade heute für den heutigen Handel. Wir haben heute großen Verfall. Das hatte ich ja im Laufe der Woche auch schon mal avisiert, dass das heute ist. Da kann es eventuell ziemlich starke Tagesschwankungen geben. Je nachdem, wie sich die Händler hier entsprechend verhalten. Wenn das Ganze dann durch ist, könnte es zu einer Richtungsänderung kommen. Entweder wir gehen weiter nach unten oder stark nach oben. Das muss man kurzfristig ein bisschen auf der Uhr haben. Rein aus technischer Sicht, wie schon gesagt, ist im Sinne der korrektiven Phase nach unten hin einiges an Luft durch. Wenn die Bullen heute allerdings durchweg wieder am Plan bleiben, was haben wir da? Da natürlich den Weg nach oben hier zum Trend hoch Richtung 12.900 beziehungsweise den Widerstand um die Marke von 13.000 Punkten. Das ist das, was wir haben. Und wie schon gesagt, wir hatten das hier auch besprochen. Die Umkehrsituation von unten nach oben raus. Das ist das Interessante, was wir hier gesehen haben. Da kam die Bestätigung. Und jetzt verharren wir hier auf dieser Wochenkerze oder auf Wochenbasis auf relativ hohem Niveau um die Marke von 12.300 bis 12.400 Punkten. Ja, und das Ganze müssen wir schauen, wie es läuft. Aber momentan ist der große Aufwärtstrend noch nicht in Gefahr. Wir sehen, dass hier die Wirtschaftsstützprogramme und die unter die Arme greifende Notenbanken hilft hier ganz deutlich, um die Märkte nach oben zu entwickeln. Und es ist ja auch das Bild, was ich auch schon oft angedeutet habe, dass Geld wirklich hilft, die Wirtschaft hier vor schlimmen Maßnahmen zu befürchten. Ich habe mich mit dem Martin auch unterhalten. Der sagte, das ist das Thema New Money Theory. Es geht da einfach darum, dass man wirklich, wir haben es in 2008 gesehen, wo die Bankenkrise war. Geld hat geholfen hier, die Extreme zu verhindern. Und wir sehen auch jetzt, dass das Geld hilft, Extreme zu verhindern. Und solange wie der Markt solches Szenario positiv annimmt, haben wir gute Karten weiter auch die Oberrichtung zu bespielen. Das hier mit Blick in den DAX. Sondern gehen wir mal rüber auf die US-Märkte und schauen uns mal den Dow Jones an. Hier, da brauchen wir jetzt allerdings aktuell nicht den Stundenchart. Im Stundenchart sehen wir ganz klar, dass der Markt auf Tagesbasis momentan ein bisschen korrigiert. Deswegen schauen wir hier mal eben in den Tageschart rein. Auch hier, bitte nicht vergessen, in den USA auch großer Verfall. Was wir hier momentan sehen, ist allerdings relativ interessant, weil hier auch das schöne Umkehrsignal hat der Markt schön getradet. Und was wir hier an dieser Stelle jetzt sehen, ist eine Flagge. Hier an dieser Stelle. Und wir wissen ja, dass Flaggen nicht selten gute Ereignisse sind, um nach oben rauszugehen. Zumal, wenn sie relativ flach bleiben. Wenn sie tief, extrem tief laufen, ist das immer ein schlechtes Zeichen. Eine Flagge, die wir hier haben, die nicht zu steil und nicht zu tief geht, ist immer ein positives Zeichen. Das heißt, wenn wir hier tatsächlich drüber rausfliegen, könnte das durchaus positiv sein. Ein erstes Indiz, dass der Markt weit nach oben will, ist, wenn wir hier deutlich übers Vortageshoch drüber laufen und dann die Oberseite bespielen und Anlaufmarken auf der Oberseite, haben wir dann ganz klar mal hier oben am Tageshoch, beziehungsweise am Wochenhoch sozusagen, das haben wir hier knapp um die Marke von, wo haben wir es liegen, 26.791 Punkten liegen. Da ist nach oben hin, wie schon gesagt, ein bisschen Platz. Das wäre sehr, sehr positiv, gestern haben wir es ja gesehen, der Markt ist erst runtergelaufen, dann haben wir wieder gesehen, beide Dip und dann ging es nach oben. Und wenn sich das beide Dip nach oben tatsächlich ausdehnen sollten, hätten wir den Ausbruch aus diesem bullischen Kursumkehrsignal und das wäre dann der Punkt hier oben über die Marke von 26.700 drüber zu laufen, dann 26.800 und dann hier Richtung 27.000 bzw. 27.600 Punkte Marke nach oben entsprechend aufzubrechen. Das sind die Chancen, die wir hier im Dow definitiv haben. Mit Blick ins kleine Bild noch hinein, da müssen wir ganz klar auch konstatieren, hier oben das Hoch und dann unten die Marke hier in diesem Bereich, das Tief, was wir hier hatten. Das sind interessante Marke, das heißt, das Vortag ist tief und da wird es halt wichtig, was passiert. Der Bruch oben drüber, das hatte ich ja gerade gesagt, wäre der charmante Weg zur Oberseite. Fallen wir unten drunter, bleibt der Markt hier wieder schwach im kurzfristigen Bereich. Dann können wir uns orientieren hier auf der Unterseite und zwar, wenn wir uns das Ganze mal anschauen wollen, hier haben wir ein paar kurzfristige Anlaufpunkte hier, die Marke um die 25.000 hier, also knapp 26.000. Was haben wir da? 25.590. Diese Punkte Marke haben wir da, denn die Swinglos halt einfach abkassieren. 25.835, das sind schöne Marker, schöne enge Marker, die wir durchaus im Kurzfristbereich im Dow auf der Unterseite mit anstreben können. Das große Bild allerdings hier auch weiter aufwärts gerichtet und dynamisch nach oben hin. Mal schauen, wie die Korrektur ausgeht. Sieht auf alle Fälle gut aus und mir gefällt schon recht ordentlich, was ich hier an dieser Stelle sehe für die Longside. Dann schauen wir noch auf den S&P 500. Das Ganze wie immer natürlich auch erstmal mit Blick in den Tagesschat hinein. Hier sehen wir es auch, eine laufende Korrektur des Aufwärtstrends auf Tagesbasis. Das sehen wir hier, der läuft schön nach oben, schön grün, auch gekennzeichnet. Das größere Schwungbild hier an dieser Stelle und was wir sehen ist hier, wenn wir uns das Ganze mal im Ranzoom anschauen, also nah rein, dass auch hier der Markt schön von unten, vom letzten Kaufbereich um die Marke von 29.72 sind wir hier sozusagen, also dieser Kaufbereich, schön nach oben genutzt worden. Auch hier sehen wir die Korrektur. Schwach, stark, zwei Tage, ein schwacher Tag, ein starker Tag. Mal gucken, wie sie es auflöst. Hier zwei Tage ohne wirklichen Preisfortschritt. Das ist schon ein Zeichen vom Markt, dass er nicht wirklich hoch und nicht wirklich runter will, aber die unruhigen Hände aus dem Markt sind, hier wäre es jetzt wirklich sehr, sehr positiv nach oben raus zu fliegen, das Tageshoch von gestern wirklich zu überschreiten und dann hier übers Zwischenhoch sozusagen drüber gehen. Hier oben knapp die Marke von 3.169 Zählern und wenn wir da drüber fliegen, da muss ich jetzt mal zusammenzoomen, was da dann kommt, das wäre nämlich wirklich sehr, sehr schön und sehr, sehr interessant zu sehen, weil schaut mal, was wir da oben dann rausnehmen können. Wir haben hier oben um die Marke von, wo haben wir es liegen? Jetzt muss ich selber erstmal kurz den Kürzer nehmen, hier ganz knapp die Marke von 3.240 Zählern. Das ist hier oben dieser Verkaufsbereich, ja. Da haben wir kurz drunter gehalten und wenn wir jetzt nach einer Kontraktion schön oben drüber laufen, das wäre gigantisch, das wäre sehr, sehr schön, wenn ich hier einen Wunsch hätte, würde ich mal sagen, entweder läuft er einfach hier oben drüber und dann stark durch oder er läuft oben drüber, konsolidiert hier oben noch drüber, macht mein Lieblings-Tradingsmuster einer flachen Base in den Bullenmarkt und dann peng oben drüber Richtung Allzeithoch. Das wäre der Hammer. Das würde mir persönlich auch die Möglichkeit geben, meine Long-Position zu pyramidieren. Also, das gefällt mir wirklich sehr, was ich hier sehe und die Long-Seite ist ja auch sehr, sehr stark unterwegs. Wie schon gesagt, heute ist hier auch großer Verfall, aber die Long-Seite ist hier präferiert vom Markt. Wir sehen es an steigenden Hochs und steigenden Tiefs und das ist das, was einen Bullenmarkt auszeichnet und das haben wir hier momentan wirklich wieder sehr, sehr schön am Lauf. Und dann gucken wir uns mal noch den Oberbullen am US-Markt hier an dieser Stelle an. Der Oberbulle am US-Markt ist, ja, wie soll es anders sein? Die Welt wird immer technologischer, da muss der Nasdaq ja auch gut punkten, macht er auch, ja. Der Aufwärtstrend ist weiter intakt, auch hier, wir sehen es, der Markt schiebt nach oben. Er hat ganz anders korrigiert als der Dow und der S&P, auch ganz anders korrigiert als der DAX. Wir sind hier nur mal kurz nach unten geschnäpst, gestern gleich das starke Umkehrsignal. Heute streben wir wieder hoch Richtung Allzeithoch, also auch hier alles in Ordnung. Sehr spannend wird, was oben am Allzeithoch kommt, hier ganz knapp über den Daumen, die Marke von 10.155 Punkten. Wenn man dort drüber fliegen, könnte durchaus der nächste Schub nach oben kommen. Kommt ein kurzfristiger Abprall, ja, da muss man sehen, was passiert. Da wird das Tagestief von heute interessant, beziehungsweise das Tagestief von gestern, aber das muss ich jetzt hier gar nicht so extrem intensiv beleuchten. Wir schauen uns hier das große, interessante Bild an und das Ganze ist wirklich long. Da haben wir es da, 10.955 ist der nächste Zielbereich. Und wenn es danach weitere Käufer gibt, Holiday für die Bullen, da ist das geile Limit. Da können wir wirklich auch einiges erwarten, wenn hier weiter Nachfolgekäufe kommen. Das bleibt spannend und hochinteressant zu sehen im Nasdaq. Und ich sage an dieser Stelle, ich schließe jetzt mal nicht aus, dass ich im Research am Sonntag einen großen Fokus auf die Indizes lege. Mal schauen, was heute am großen Verfall passiert. Wenn das Thema durch ist, können wir uns neu orientieren und dann gucken wir mal, was kommt. Also ich bin wirklich sehr gespannt, was im Research am Sonntag mit reinkommt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, da können wir schon einen guten Fokus entsprechend auf die Indizes mitnehmen. Juh, dann hätten wir das. Dann muss ich mal schauen. Fragen für FX. FX haben wir gerade keine mehr. Die Indizes sind auch durch. Das heißt, an dieser Stelle wären die Forex-Märkte besprochen. Wir haben die Index-Märkte besprochen. Das heißt, wir starten jetzt hier einfach durch und schauen mal, was in den Märkten mitkommt. Beziehungsweise an den FX-Märkten los ist. Das machen wir jetzt hier entsprechend im zweiten Teil. Ich mache ja auch mal ganz kurz noch ein zweites Video an dieser Stelle. Einfach kurz dranbleiben. Ich bin bloß mal ganz kurz leise und mache mal kurz die Kamera aus. Und dann bin ich sofort entsprechend wieder da fürs zweite Video hier an dieser Stelle.